I am on my own nickel, I send everybody else a word, no one knows I'm gay bitch without me told. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit zu sprechen über Frauen im Metal. Wir sprechen eigentlich schon den ganzen Tag über Frauen und Männer im Metal. Und ich werde immer selber gefragt, was ich mir dabei gedacht habe oder was wir uns dabei denken mit diesem Thema. Und dann fragen immer die Leute, ja, was ist denn jetzt mit den Frauen? Und haben sie jetzt schwerer oder gibt es denn da so wenige? Und wir sehen ja, dass es einige gibt und dass die starke Frauen sind, die schon zum Teil ganz lange dabei sind. Und ich dachte nur, dass wir einfach anfangen über Stimme zu sprechen, weil ihr alle vier eben Sängerinnen seid. Und alle, für euch alle hat das Singen ja aber auch was mit enorm viel Kraft zu tun. Bist du eigentlich schon immer so gesungen und warum hast du damit angefangen? Ja, eigentlich schon immer. Also ich wollte immer Sängerin werden, seitdem ich drei Jahre alt war. Und hatte, ja, mein Schlüsselerlebnis, das war damals war ein Song, das war nicht mehr Dill, aber war ziemlich powerful. Das war ein Little Richard, Lucille. Ja, und dann habe ich gerade den Plattenspieler bedienen können. Und das ging laufend, also jeden Tag. Und meine Eltern hatten schon Angst gerade, dass ich da nichts anderes mehr machen möchte. Nur Musik hören, halt die Kombination, die Musik und die Fans. Also, ja, das treibt mich auch immer an. Egal, was mir schlecht geht, ob ich krank bin. Also die Stimme ist immer da. Ja, selbst wenn ich fünf Minuten vor dem Konzert denke, boah, ich bin 40 Fieber, Stimme total weg. Dann, wenn ich die Fans sehe, dann geht alles. Meine erste Frage ist, ich bin Sabina. Du hast ja mit Bully Moses den Thresh Metal geprägt, bis seit 1981 dabei, wenn ich richtig informiert bin. Und ja, du bist ja eine der ersten Frauen im Metal gewesen, die ihre Stimme mal auf eine ganz andere Art und Weise eingesetzt hat, mit Screaming und Shouting. Und wir wollen von dir ganz gerne wissen, was war für dich so der Antrieb, einfach das mal anders zu machen als viele andere Frauen? Das war ja eigentlich ein Unfall. Also, im Gegensatz, was Doro sagt, ich wollte eigentlich der erste weibliche Bundesliga-Fußballspieler werden. Und Musik habe ich zwar gemacht, also ich habe immer die alten Platten von meinem Onkel gehabt, wie Stones, Smokey Sweet, Jimi Hendrix, was damals halt so war. Und ich hatte eine Band, seitdem ich 15 war, die hieß Disaster. Da habe ich aber Bass gespielt. Und ich war damals total beleidigt, dass mein Gitarrist, der auch damals mein Freund war, zu unserer Schule bei Antiole Moses gegangen ist. Und dann habe ich halt in diesem Proberaum rumgehangen, weil meine Band ja dadurch nicht mehr da war. Und die haben an dem Tag ihren Sänger aus der Band geschmissen, weil er mit weißen Vlogs zur Probe gekommen ist. Und das war damals nicht Hard Rock, also da hieß es auch noch nicht Heavy Metal. Und der Bassist, damals auch der Chef von Moses, hat gesagt, du hängst hier herum im Proberaum und das war halt in Aachen und du singst jetzt. Und ich habe gesagt, ich kann nicht singen. Ich habe das auch nie probiert. Und bin halt ans Mikro und habe halt, ja, einen Ton da reingegeben. Und habe mich selber erschrocken, was da rausgekommen ist, weil das eigentlich nur der Beweis war, ich kann nicht singen. Und Ramon sagte damals, mach das bitte nochmal. Und ich habe gesagt, hä, was will denn der von mir so? Ich wollte mich wieder auf die Couch setzen, ein Bier trinken. Und er hat gesagt, nein, mach das. Und ich habe das ja nochmal gemacht. Und da hatte er mir so, naja, dann will ich wenigstens so klingen, wie aus die Osborn, was natürlich auch nicht funktioniert hat. Und hat mir die ersten Lurys gegeben und ich habe das halt, da versucht, ja, habe da also diese Töne zugegeben. Und dass daraus mal sowas wird und dass ich 30 Jahre später, ja, jetzt fast 30 Jahre später hier sitze und dass wir so viele Platten gemacht haben, dass das überhaupt jemand hören wollte, war mir ja also damals nicht klar, dass das eigentlich aus einem Unfall diese Stimme geworden ist. Also dass sich dann Tim sozusagen an irgendwelchen anderen Trashbands zu der Zeit orientiert, okay, die machen das so auf die Art, ich probiere das jetzt auch mal, oder? Es gab ja keine anderen Trashbands. Also man muss sagen, zu dem Zeitpunkt hat man ja auch noch Hard Rock gesagt. Also es hieß ja noch gar nicht Heavy Metal. Ich glaube, das Wort Heavy Metal habe ich zum ersten Mal dann so 283 gehört. Vor allem, man muss ja sagen, wir kamen aus Aachen. Also hieß das noch länger Hard Rock als sonst im Restaurant. Und ja, also ich denke mal so ab, ja, so 283 habe ich dann zum ersten Mal Vans, V, Venom oder, ich glaube, dann irgendwann auch Slayer oder Possessed gehört. Aber vorher, also auch Trash Metal. Also irgendjemand hat mal gesagt, ich weiß nicht, das war das erste Interview, was ich, glaube ich, 1984 gemacht habe. Und da hat zum ersten Mal einer gesagt, ihr macht Trash. Und dann war das so für mich Trash, weil ich konnte das TH noch nie aussprechen. Und ich dachte so, Müll, der ist der Arsch, der will mich beleidigen, so was, ich mache Müll mit, das ist ja voll gemein. Und der so, nee, das heißt Trash. Und ich so, was, wie? Ja, und ja, wie gesagt, ich wusste nicht mal, dass man das so nennt. Und hat sich das Schreien für dich heute verändert? Also ich weiß, weil du auch noch einen anderen Beruf warst heute. Und für dich, wir haben darüber mal vorher darüber gesprochen. Und das würde mich interessieren, ob Schreien für dich da immer noch dieselbe Bedeutung hat und was da so passiert ist in diesen vielen Jahren. Also ich habe selber gemerkt, dass durch das Schreien selber, dass ich eigentlich, zu dem Zeitpunkt, was ich angefangen habe, außer auf dem Fußballplatz, da konnte ich schreien, eigentlich sehr ruhig war, eigentlich auch fast ein bisschen schüchtern. Und dass ich halt, wenn ich im Proberaum war, dass das explodierte. Dass also diese Musik, ich sage immer Stimme, hat ja auch was mit Stimmung zu tun. Und dass einfach emotionale Sachen rausgekommen sind, ein Energiefluss, also so ein Energieaustausch, der auf einmal, ja, mich irgendwo dissoziieren ließ, dass ich einfach ganz irgendwo anders war und dann auch nur noch das gehört habe und voll weg war. Und ich habe über die Jahre Psychologie studiert, bin mittlerweile Heilpraktikerin für Psychotherapie und habe auch meine eigene Praxis und nutze dort natürlich im Rahmen, ich bin Hypnose-Therapeutin und Körpertherapeutin und in der Körpertherapie wird natürlich gerade das Schreien halt auch gefördert. Also es hat halt etwas mit mentalem zu tun, Sachen, ja Urinstinkte rauskommen lassen, halt über Wut, Aggressionen rauslassen zu können, aber auch eine gewisse Form von Schüchternheit und damit einfach diesen Energiefluss laufen zu lassen und das nutze ich natürlich auch in der Praxis und um halt einfach, ja, Menschen zu helfen, die nicht aus sich rauskommen können und damit halt auch, ob das jetzt hohe Schreie oder auch die tiefen Schreie sind, einfach zu merken, da steckt etwas im Körper, was ganz tief drin ist und das macht natürlich besonders Spaß, dass man sozusagen diese beiden Berufe ganz toll miteinander verbinden kann und halt diese Kraft und diese Energie weitergeben kann, wo halt auch unheimlich viele Frauen natürlich zu mir kommen, wo ich sage, die Frauen, die wird immer so sich unterordnen, brav sein, nett sein, also das habe ich halt selber noch sehr gemerkt, auch damals in der Schule, so Mädchen haben nett und angepasst zu sein und gar nicht so dürfen, gar nicht schreien und Aggressionen rauslassen und sich selber finden und habe irgendwann gemerkt, Mensch, das, was ich da auf der Bühne mache, das kann man halt, das kann man weiterentwickeln, und das kann anderen halt auch helfen, ja, einfach froh zu sein, irgendwie auch Ängste zu überwinden und Depressionen. Ich weiß, Angela, und auch, dass du dich selber schon mal in den Hals hast schauen lassen oder selber reingeschaut hast, ich weiß, du hast das auch gemacht, Britta, oder? Ja, ich habe das auch gemacht, ja. Kannst du mal davon erzählen? Das war eigentlich ein ganz witziges Experiment, also ich habe Anfang letzten Jahres zwei sehr mutige Logopädie-Schülerinnen kennengelernt, die jetzt mittlerweile beide fertig sind, und wir haben uns mal getraut, mal zu schauen, sowohl jetzt von der logopädischen Seite als auch jetzt von meiner Seite als Sängerin in einer Thresh-Metal-Band, zu schauen, was kann man denn mit Stimme alles machen, was die überhaupt nicht in ihrem Unterrichtsprogramm natürlich an Stoff halt mitbekommen, was gibt es da auch für Randbereiche, und die waren erst mal total erstaunt, dass, die dachten erst mal, ich bin vielleicht die Einzige auf der ganzen Welt, die sowas macht, und waren erst mal erstaunt, dass es da so eine ganze Szene gibt, die die überhaupt nicht kannten, die haben überhaupt keine Berührungspunkte damit. Das Krasseste, was die, glaube ich, kannten, war vielleicht Rammstein oder sowas, aber dass es da eine richtige Metal-Szene gibt und Festivals und sowas, das war denen gar nicht bewusst. Die haben mir in meinen Hals geguckt, die haben da diese Langungskopie gemacht und mir so einen Schlauch in den Hals gesteckt, und dann habe ich jetzt tatsächlich zu Hause eine Aufnahme von meinen Stimmbändern und meinen Taschenfalten, was die falschen Stimmbänder sind, beim Schreien, beim Raul. Das war eine ganz neue Erfahrung auch für mich, was passiert da eigentlich, und wie sieht das dann wirklich genau aus? Und sowohl dir, als auch Angela von euch weiß ich auf jeden Fall, dass ihr immer wieder auch, dass es so eine erstaunliche Stimme dann gibt, so wie, das ist jetzt eine Frau, die da schreit, oder Angela Gossow, the woman who can grow like a man. Dass ich wie ein Mann klinge, das ist natürlich rollend behaftet in der Gesellschaft. Männer haben die tiefe, dunkle Stimme, und die dürfen richtig wütend sein, und die dürfen aber richtig brüllen, ja, aber Frauen, die müssen klein und heiße sein, und die Stimme darfst du auch nicht so sehr erheben, und das ist ja, das ist ein altes Rollendenken, das sich mittlerweile stark auflöst. Ich finde das schade, dass es immer noch so stark an Geschlechter dran gebunden ist, ist es aber definitiv immer noch ein bisschen, es löst sich aber auf. Also ich wollte noch mal sagen, wie wir angefangen haben, das war so Anfang 80er, und da war zum Beispiel, da war dann ganz große Mode, dass halt die Männer so singen wie eine Frau, dass man total hoch singt, und also Rob Belfort von Judas Priest, das war halt der Gott, und alle wollten immer ganz hoch singen, und wollten sich dann halt die Eier halb zuschüren, damit sie ganz hoch da singen können, eigentlich so wie eine Frau. Eigentlich sagt der Satz, du klingst ja wie ein Mann, nichts anderes aus, als dass jemand nicht weiß, wie eine growlende Frau klingt. Und da ist der Vergleich natürlich eher da, es tun mehr Männer als Frauen, also klingen die Binderheit, die Frauen in dem Fall, wie die Männer, und nicht andersrum. Man könnte ja auch sagen, alle Männer, die growlen, klingen wie Frauen. Das ist ja austauschbar eigentlich, das hat nur was mit Hörgewohnheiten zu tun, und ja, der Satz, für eine Frau ganz gut, den hört man immer weniger an. Also wir mussten uns noch richtig, ich musste mich noch was trauen, 1990 so ein bisschen, so hat sich das angefühlt mit meinen ersten Bären, das war noch so ein bisschen verbotene Frucht, und war halt irgendwie was ganz krasses, aber ich glaube, heute, wenn man heute in eine Band ansteigt, als brüllende Frau, ist das nicht mehr ganz so revolutionär, also ist schon geändert. Doro, als du angefangen hast, um da nochmal anzuknüpfen, war das dann, war das da ein Schritt, war das eine Emanzipation, jetzt auch so eine Rockerin zu sein und damit rauszukommen? Also ich habe einfach das gemacht, was ich gefühlt habe, und auch ganz am Anfang, so wie die Sabina eben sagte, wir wussten auch gar nicht, dass wir Metal machen. Ich habe einfach das gemacht, was halt in mir war, und ja, und dann erst später meinte dann auch jemand, hey, seid ihr eine Metal-Band, oder Heavy Metal hieß es ja damals noch, ja, und dann dachte ich mir, oh, das fühlt sich cool an, aber eigentlich haben wir nur das gemacht, so das ganze Spektrum, also für mich hat Heavy Metal halt auch immer Freiheit bedeutet, der zu sein, der man ist, und halt auch, ja, von super, super sensibel bis super hardcore und brutal, aber ich habe immer gedacht, Musik steht sowieso über allen Dingen, also für mich ist das jetzt nicht wichtig, dass ich Frau oder Mann bin, ich glaube, wenn ich Mann wäre, hätte ich genau dieselbe Musik gemacht, hätte vielleicht den einen oder anderen Text vielleicht ein bisschen anders gemacht, aber sonst, also ich... Das, was Doro auch eben schon sagte, mit den hohen Stimmen zum Beispiel, wir hatten eben schon oben so ein Gespräch, dass Sie gesagt haben, eigentlich ungewöhnlich, weil Metal eigentlich, die meisten Männer, das hat sich ja jetzt leider, muss ich sagen, geändert, dass viele kurze Haare haben, ich stehe aber ohnehin auf die langen, dass eigentlich die Männer eigentlich, ich sag mal, eher Frau sein durften, also ich meine, so Ende der 70er, es waren ja auch immer die langhaarigen Bombenleger, wurde das ja erst mal so gesagt, und dass eigentlich die Männer im Metal Frau sein durften, weil sie durften halt lange Haare haben, wie Doro sagte, jemand wie Rob durfte, Rob Ever durfte hoch singen, bloß es hat längere Zeit gedauert, dass die Frauen gemerkt haben, dass gerade die Metal-Szene unheimlich offen ist, also dass eigentlich aus meiner Sicht beide Formen des Geschlechtes eigentlich in dieser Metal-Szene super gut aufgenommen worden sind. Bei mir damals, so bei den ersten Fotosessions, da waren dann halt die Jungs, die standen immer schlagen, die meinten, hey, Doro, kannst du mehr das Make-up machen und so, weil ich hatte da mehr Übung drin, ja, und dann meistens war ich dann der Letzte, musste eine Fotosession machen, meistens total unbeschminkt, Haare nicht gemacht, aber die Jungs alle Haarspray und Make-up-Finger-Negel, naja, so. Du hast ja eben von Bloodbound of the Damned gesprochen und das fand ich sehr bezeichnend, dieser Brüderschaft, die ja erst passiert ist, sag ich jetzt mal, weil das ist ja eigentlich was, was man nämlich sonst auch kennt, also wenn man sich Texte von Mendohor oder auch einigen anderen Bands anschaut, dann ist ja Brothers of Metal, das haben wir ja schon viel gehört, aber es sind eben die Brüder. Bloodbound of the Damned ist neutral und, ja, gibst du mir da recht, wenn ich das so interpretiere, dass du als Frau eigentlich gerade was Neutrales machst, ist das was, oder würdest du vielleicht auch sogar eine Schwesternschaft so machen? Das ist mir schon wieder fast zu extrem, weil ich einfach denke, die Schwestern, die da sind, und ich sehe das ja jetzt auch hier, dass unheimlich viele Frauen da sind, und ich denke einfach mal, das kommt dabei automatisch rüber. Ich finde, das in die eine oder in die andere Richtung zu schieben, wäre total falsch, sondern man soll einfach spüren, dass es für uns alle da ist und dass, ob das jetzt männliche oder weibliche Fans sind, und ich freue mich natürlich, wenn ich merke, dass durch diese Texte und durch die Attitude auf der Bühne, durch die Energie, die da ausgetauscht wird, einfach sich beide Geschlechter angesprochen fühlen, weil es wäre genauso extrem, wenn man sagen würde, ich werde jetzt zur totalen Metal-Feministin und bloß die Männer weg, weil dafür finde ich Männer viel zu nett, also, und, cool, das heißt, das wäre totaler Schwachsinn. Vielen Dank.